Vergiss immer den Cut dran zu machen, wir gehen einfach direkt drauf, bevor wir noch ein Fliegen bekommen. Oh, super. Äh, ne, zurück. Jengens greift du mal die Fliege an. Jetzt haben wir noch einen Zauber, und zwar den Gen. Nice. Swipe, würde ich sagen. Zack, die Fliege weg. Super. Dann machen wir da noch einen eiskalten Stich drauf. Dann ist er down. So. Uah. Alter, dieser Schmerz und Leid. Wer bist du denn? Quilte Seelen nähert sich. Hm. Ich würde sagen, bevor wir unsere Fähigkeiten eigentlich verschwenden, machen wir erstmal hier einen normalen Angriff. Nur mal einen Angriff, und die macht einen Gen-Zauber drauf. Okay, bleibt wach. Ruft Unterstützung her. Bye. Okay, kümmert euch mal um den, und Jessica, mach du mal eine Schwächung. Oh, der macht natürlich bei Jessica viel Schaden, ne? Ich würde sagen, machen wir erst den. Jengis, mach du mal den, und Jessica, mach du mal Beschleunigung. Äh, die beiden kannst du gerne angreifen, aber nicht immer Jessica. Wann sind die denn so stark? Jetzt würde ich sagen, dass wir nochmal flink drauf sitzen, und dann sollte es eigentlich ruckzuck gehen jetzt hier, zack. Okay. Müssen wir natürlich aufpassen, dass unsere Erfahrungspunkte natürlich gut dabei bleiben. Okay, den Stoß, den... Wirbelsichel, und hier machen wir noch eine Kursant. Oh, da war es, dass er keinen Schaden erlitten hat. Shitte. Normaler Angriff. Oh, jetzt müssen wir... Hier machen wir nochmal Donner. Dann machen wir Heilung auf Jessica. Und die macht noch... Ah, ich wollte nicht beschleunigen. Naja. Ich wollte eigentlich mit meiner Schwächung einsetzen. Da war ein leicht kritischer Schaden. Okay. Merkostoß. Stillsichel, äh, und... Die Schwächung. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass ich, äh, bei mir weitermache. Machen wir mal eine Heilung bei mir. Gengis kann eigentlich... Der hat natürlich keine davon. Windsichel, und hier machen wir noch eine... Schwächung, bitteschön. Ah, Unterstützung. Na, super. Ah. Machen wir nochmal Blitz. Gengis mitten rein. Messerschaft, Eiszapfen, zack, mitten drauf. Da war wieder ein guter Schaden hinterhergesemmelt. Ja, die Seele will ich direkt einfach weiter angreifen. Zauber haben wir noch. Erfahrungspunkte, jo, die haben wir noch. So, langsam sollten wir aber... Den noch klein kriegen hier. Machen wir nochmal einen... Donnerstoß. Hier machen wir nochmal eine Windsichel drauf. Äh, noch eine... Eine Kusshand. Er ist besiegt mit einer Kusshand, ich glaub's nicht. Ah, und er hat keinen Schaden erlitten. Na, jetzt geht's nochmal rund. Tschüss. 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 Kannst du mal Jessica in Ruhe lassen? Sie sieht gut aus, aber du musst sie nicht angreifen, mein Freund. Gequälte Seele Dauern, gequält jetzt einen auf... Goldener Gebetskranz. Äh, okay. Ah. Und nun? Ah, wir können hinter lang, wo die Suppe schon brodelt. Oh, Metallschleim. Aber er hat einen... Ein Pixelfehler? Ich will den haben. Nein. Nein. Weil er darf nicht fliehen. Noch einmal. Ah, bleib wach. Aber es gibt's nicht, wie fehlt er denn aus? So, mach mal zu. Er wurde besiegt. Ein Schleim, der viel aushält und pixelfehlhaftig ist. So, bitteschön. Ein Knochenmann ist schon down. Der zweite hinterher. Zack. Tiptopi. Natürlich immer auf die Zeit achten jetzt. Oh, deswegen ist er so gut. Tipp ich mal. Krass. Vier Punkte, ja. Sense und nochmal Humanität noch ein. Fette Sache. Äh. Da ist ne Leiter. Geil. Darum gab's richtig vier Egger. Ah, wir kommen hinter dem... Hinter der Abteil raus. So, hinter dem... Ja, gemacht vorm Abt. Mini-Medaillen. Mal schauen, was er damit... Hä? Jetzt hätte ich doch vorne lang gehen können, oder wie, oder was? Hallo? Ah, erst mal Bücher lesen, ja. Okay, nix besonderes. Da steht gar nix drin. Was haben wir hier? Okay, da ist so ein Satz drin gewesen. Wie geht's eigentlich um Rezepte oder so? Okay, da haben wir nix. Hoch. Ah, hoch. Der Abt ist da. An seinem Fußende ist... Dolomégos. Woah. Woah. What's... And who are you? Do you want to speak with me? There they are. It's you-be-down-for-trying-to-take-abbert. What on Earth? Abbot Francisca. Captain Mo... Ahhh. Marchand. Ah, ihr erkennt uns, dass wir es nicht waren. Er freut sich, dass wir mitgehen, aber ich werde dich foltern, mein Freund. Jetzt schau mal hier, wir haben nichts falsch gemacht. Ja, wir sagten Sie, es war dein Mann, der uns auf den Abbot fragt. Welche Recht haben Sie uns hier zu halten? Der Abbot ist zu verabschieden. Ich, auf der andere Seite, bin ich nicht so verabschieden. Du... Wer ist es? Angelo. Ich habe eine Frage, die dir zu fragen. Wir haben gerade diese Intrudern in der Abbot-Räsenz genommen. Sie haben sechs von meinen Männern verabschiedet. Das Problem ist... Das Problem ist... Ich habe sicher, dass... Es ist kein... Unless, natürlich... Sie haben... Und Sie glauben es? Wenn wir suchen ihre Bescheid... Wir haben Templar Angelo. Wo ist dein Ring? Wo ist dein Ring? Für dich! Es hat sich geöffnet. Was? Es hat jemand von mir verabschiedet. Und es hat sich... Stole es? Was? Wir haben keinen Sinn für einen Ring wie das. Er hat uns aufgestellt. Ich sollte es besser wissen, als zu glauben, eine einzelne Worte aus der Mache... Ich habe nichts mehr zu sagen. Es ist sicherlich, dass wir noch nicht fertig sind. Ich werde ihn später verabschieden. Du hast genug Zeit verabschiedet. Was hast du mit dem Abbot-Räsenz gemacht? Wie viele Mal haben wir dir gesagt? Wir haben nichts zu verabschieden. Was ist jetzt? Immer den kleinen Treten. Juhu! Jengis, Jess... Du bist so lange weggegangen. Ich habe dich geklappt. Du bist so lange weggegangen. Vielleicht darfst du den Klinis! Die Klinis, Herrgärse, über eure H saúde? Ist das so lange weggegangen? Das ist so lange weggegangen. In der Nachkirge ist sie nicht so lange weggegangen. Du bist so lange weggegangen. Du vielleicht beschädigst dir den Abbot-Ranziska. Das war das Monster, der verkauft es dir. Die Klinis sagte nicht zu wehren ein Ring. Ah, wir kommen wieder raus, mein Freund. Dann hab ich dich. Ja, ist ja gut, wissen Sie. Bestimmt fällt uns was ein.